Watch Your S10 ist da und bringt einige Neuerungen mit sich. So auch neue und veränderte Designs und Funktionen, wie ihr sie vorher vielleicht anders oder noch nicht kanntet. Was das Ganze jetzt mit sich bringt, zeige ich euch einmal in diesem Video. Mir ist nach dem ersten Tag Benutzung einiges aufgefallen und das möchte ich euch einmal kurz präsentieren. Als erstes ist mir aufgefallen, bei der Krone war es vorher so, wenn ihr hier dran gedreht habt, da haben sich quasi diese Ziffern hier verbreitert oder verschmälert. Das funktioniert jetzt hier so nicht mehr an der Krone, das heißt, wenn ihr runterdreht, passiert nichts. Dreht ihr hoch, erscheint dieses Fenster hier, wo ihr einige Shortcuts habt sozusagen, die ihr nutzen könnt, drauf zugreifen könnt und so weiter. Möchtet ihr diese Ziffern, so wie vorher auch, in der Größe verändern, tippt ihr hier einfach irgendwo bei der Krone bzw. bei einem Zifferblatt auf eine Ecke, so wie hier. Dann wird das Ziffernblatt so und dann könnt ihr im Prinzip jetzt diese Ziffern oder Zahlen dadurch vergrößern oder verkleinern. Wenn ihr fertig seid, könnt ihr einfach nochmal drauf tippen und die Uhr ist wieder komplett aktiv. Dann war es vorher so, dass ihr hier auf die Seitentaste drauf gedrückt habt und dann wurden euch die zuletzt verwendeten Programme angezeigt. Das habt ihr jetzt hier nicht mehr. Hier wird jetzt das Kontrollzentrum aufgerufen, bei Einmal tippen, bei Nochmal tippen verschwindet es. Die zuletzt verwendeten Programme findet ihr hier bei der Krone über einen Doppelklick. Dann seht ihr hier die zuletzt verwendeten Dateien oder Programme. Dann hat sich die Ansicht der Apps etwas geändert. Vorher war das ja so eine bunte Blume wie so eine Kugel quasi. Da musstet ihr noch hin und her drehen. Das ganze Design hat sich jetzt etwas verschmälert. Das heißt, wir haben jetzt hier nicht mehr die Funktion, dass wir großartig noch nach links und rechts müssen, sondern sehen alles auf einem Blick und können einfach ganz entspannt nach unten scrollen und sehen die kompletten Apps. Möchtet ihr die Listenansicht haben, könnt ihr das auch ganz einfach aufrufen, indem ihr hier unten auf dieses Symbol für Liste drauf tippt und dann dementsprechend die Listenansicht aufruft. Da könnt ihr natürlich auch wieder unten auf diese Blume klicken und das Ganze geht zurück in das normale Design. Dann ist mir noch aufgefallen, dass sich der Timer etwas verändert hat. Wenn wir den mal aufrufen, sehen wir hier, haben wir eine neue Ansicht. Das sieht jetzt etwas anders aus, wenn wir jetzt einen hinzufügen. Das sieht noch so aus wie vorher, aber ansonsten diese große Übersicht ist schon etwas anders. Und wenn wir jetzt den Timer anwählen, dann können wir hier auch direkt über das Plus noch einen zweiten Timer hinzufügen. Oder wenn wir hier mal rausgehen, sehen wir auch jetzt hier diesen orangenen Punkt. Und wenn wir da drauf tippen, dann kommen wir auch wieder direkt zum Timer. Und wenn er gleich abläuft, sehen wir auch, dass das Ganze etwas penetranter dargestellt wird, dass der Timer vorbei ist. Wenn wir jetzt von unten nach oben wischen, dann würden wir eigentlich auch ins Kontrollzentrum kommen. Da kommen wir aber auch wieder nur in diese Anzeige, wie wir sie gerade am Anfang schon hatten oder wo wir halt hier auch rankommen. Da hat sich nichts getan. Von oben nach unten hier sind immer noch die Mitteilungen, wenn welche da sind, werden hier angezeigt. Von links oder rechts passiert hier nach wie vor nichts. Dann noch ganz interessant die Wetter-App. Die hat sich auch verändert. Sieht jetzt viel frischer aus, viel größer, viel deutlicher irgendwie. Von den Daten her auch irgendwie detaillierter. Finde ich cool. Kann man hier auch umstellen, was man hier haben möchte. Ist also wesentlich flexibler geworden. Auf jeden Fall ein guter Fortschritt. Er ändert viel, viel mehr an das große iOS. Dann noch eine kleine Änderung im Design, was die BPM-Messung angeht. Sehen wir hier nochmal, das sieht etwas anders aus. Auch ein sehr schönes Design. Vom Grundprinzip hat sich natürlich nichts geändert. Die Funktion ist immer noch gleich. Nur das Design ist jetzt etwas anders. Das waren so meine Eindrücke aus dem ersten Tag mit dem neuen WatchOS 10 Betriebssystem. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen weiterhelfen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.